Hi, ich bin Elka. Und ich bin die Ela. Und die Ela hat mich hier mit so einem Jackenschnitt überrascht, mir neulich was zugeschickt und meinte so, ich glaube, so wolltest du es haben. Und ich habe dann irgendwie so 32 Tonne hier gekriegt. Ganz so schlimm ist es nicht. Nein, wir werden die jetzt fertig nähen, die Jacke, und werden sie dann auch noch mal anziehen, dass ihr auch genau wisst, wie diese Jacke aussehen wird. Moment, wenn es fertig ist, blenden wir jetzt gleich ein Bild ein. So, also, was hast du dir bei dem Schnitt denn gedacht, Ela? Eigentlich ist es ein relativ simpler Schnitt. Wir haben einen Raglan-Schnitt, heißt keine Schulter, also keine Schulter- und Armkugel, keine normale. Sondern Raglan verläuft von hier bis da. Genau, und der Ärmel geht halt eben auch mit in das Halsloch rein. Die Besonderheit ist dann hier in dem Falle noch, dass wir ein bisschen konisch die Jacke haben. Also ich werde erst weiter und zum Saumeln wieder schmaler. Weil genau in der Ecke, die dadurch dann entsteht, haben wir dann noch eine Tasche eingearbeitet. Das ist die hier, die zeigen wir gleich an der Maschine. Und dann hat das Ganze noch eine schöne Falte. Ich habe mal Stecknadeln gesteckt, weil man die Knipse bei dem Stoff so schlecht sieht. Das heißt, die Falte kommt nachher von der gelben Nadel auf die rote Nadel. Die blaue ist dann nur noch der Innenpunkt. Also von beiden Seiten sozusagen. Genau, von beiden Seiten. Und dann kommt nachher ein Stehkragen an die Jacke. So ein richtig kuscheliger. So ein richtig schilder, kuscheliger. Große Knöpfe nachher drauf. Und dann ist die Jacke eigentlich auch schon fertig. Also ganz so dramatisch ist es nicht. Wir haben schon mal was vorbereitet, indem wir hier den Ärmel, den Rackleinärmel schon mal ans Vorderteil und Rückenteil genäht haben. Hier ist auch noch ganz witzig, hier ist eine Teilungslinie im Ärmel drinnen. Das heißt, hier haben wir die rechte Warnseite genommen und hier haben wir die linke Warnseite genommen. Einfach nochmal so ein bisschen als optischen Akzent. Ja. Das ist optional. Könnt ihr machen wie ihr wollt. Ist bei dem Stoff auch natürlich sehr schön. Genau, dann haben wir, weil wir nicht immer bei den Videodrehs so viel Zeit haben, schon mal hier ein Stück Zeitnaht geschlossen, dass wir hier rundherum unser Paspelband, Schrägband angenäht haben. Nicht Paspelband, Schrägband. Ist eben nach Stoff variabel, was ihr da machen wollt. Hier franzst du nämlich aus, deswegen müssen wir diese Kante sozusagen versäubern. Wichtig ist hier, der Stoff muss relativ leicht sein. Zu schwere Stoffe nehmen die Form, weil die dann... Dann hängt sie nur durch. Ja, genau, dann hängt sie einfach durch. Also schon voluminöse Stoffe, eigentlich sowas wie hier, voluminös, aber trotzdem, man sieht es hier so, trotzdem so leicht, fluffig. Ja. Und dehnbar. Ja, dehnbar ist auch immer ganz gut. Dann würde ich sagen, wir gehen mal in die Maschine und dann sehen wir uns am Ende hier gleich wieder. So, ich habe jetzt hier die Seitennaht geschlossen, bis ich zur Tasche komme. Das heißt, ich habe die Taschen aufgenäht und habe hier einen Zentimeter Abstand, also offen gelassen. Dann nähe ich jetzt hier sozusagen bis zur Naht. Das kann man natürlich jetzt bei dem Stoff echt ein bisschen schwieriger machen. Deswegen erklären wir es mal in der Theorie. Ich lege die Nahtzugaben an in Richtung Taschen. Hier unsere, ja, haben wir schon zigmal jetzt gezeigt. Dann nähe ich bis zur Naht. Ich muss es nach Gefühl nähen hier, weil ich es nicht ganz so gut sehe. So, dann lege ich alles rüber und nähe die Tasche rum. Beim Wende Polygloria kann man das sehr gut erkennen. Können wir ja in der Videobeschreibung mal darauf hinweisen, wenn ihr das jetzt hier nicht so gut sehen könnt. Aber der Stoff ist halt so schön, den wollte man unbedingt nehmen. So, passend ist. So, dann komme ich auf der anderen Seite wieder an. Auch hier wieder die Nahtzugaben in Richtung Tasche legen. Füßchen hoch, dass ich da drüber komme. Bis zur Naht nähen, drehen und runter nähen. Damit habe ich die Seitennaht mit der Tasche auch schon geschlossen. Vom Ärmelsaum bis zum Jackensaum. Und bei der Jacke habe ich vorher Schrägband angenäht und dann eben geschlossen, weil es einfacher ist bei der Weite. Das schneide ich jetzt noch ab. Dann versäuber ich das nachher noch mit der Overlock. So, Ela. Ja, jetzt geht's los. Kragen. Kragen, Falten, Falten, legen. Das haben wir hier gerade schon gezeigt. Genau, und erst die Falten legen. Die können wir oben einfach auch einmal feststeppen. Feststeppen. Genau. Gelb auf Rot und das Grüne verschwindet. Das ist genau die Mitte. Okay, dann steppe ich das jetzt oben einmal knappkantig die drei Stofflagen miteinander ab. Dass mir da nichts mehr verrutscht. Okay, wir haben jetzt hier die Falte gelegt. Das ist jetzt unser Vorderteil. Und das ist jetzt hier unsere Schulter. Ein bisschen großes Teil, deswegen. Genau, wir müssen uns gerade ein bisschen sortieren. So, das heißt, den Schallkragen haben wir hier außen herum zusammengenäht, haben ihn verstürzt, haben hier ein Vlies eingebügelt von innen, wo später auch die Knopflöcher kommen. Weil die Knopflöcher kommen auch an die rechte Seite. Also es wird von rechts nach links geschlossen. Das heißt, genau, wir würden jetzt dann den Kragen hier einmal... Sobald wir möglich annähen. Und zwar zeigen wir das gleich an der Maschine, wie wir das machen. Wir stürzen den Kragen... Genau, rechte Seite. ...dass die Naht hier vorne auf die... also die Naht trifft hier vorne auf die Kante. Und dann kannst du das entweder in einem rumnähen. Ich habe es beim Musterteil in einem rumgenäht. Das heißt, ich lege die Kante hier vorne, Kante auf Naht, schlage das um... Man kann es aber auch in zwei Schritten machen. Das muss man dann einfach gucken, wie man es besser hat. Wie willst du in einem machen? Ich würde, glaube ich, erst den nähen und dann gucken, wie weit ich nachher den... Okay, wir probieren es auf der Seite aus und werden es an der anderen Seite zeigen, wie es am besten ist. Okay, wunderbar. Das sieht ja schon nach einem Jäckchen aus. Das heißt, Ela, du hast jetzt hier von Kante bis Kante einmal komplett den Kragen angenäht. Genau, auf die rechte Stoffseite, auf rechte Kragenseite. So, und jetzt müssen wir den ja hier sozusagen noch da dran bringen. Genau. Dafür kann man das ein Stück wirklich von innen halt auch machen. Und den Rest können wir nachher mit der Hand beziehungsweise... Indem ich das jetzt drehe. Zeig mal, ich kann es jetzt schlecht hier drehen. Also ich habe jetzt die rechte Stoffseite am rechten Kragen. Jetzt schlage ich den einmal ein. Diese Naht habe ich genäht. Jetzt klappe ich mit denen einmal hier rum. Genau diese Kante einmal da rum. Da fange ich jetzt an, wieder durch die gleiche Naht einmal durchzunähen. Na, viel Spaß. Sie ist ja super. Genau. Mit Gefühl kann man arbeiten. Dann gucken wir mal, wie weit wir kommen und dann zeigen wir euch das gleich noch wieder weiter. Ja, Jacke ist fertig. Also auch eigentlich kein Hexenwerk. Wir haben jetzt den Kragen, habe ich jetzt mal stückchenweise immer wieder umgedreht und halt von den inneren Kragen an den Rest genäht. Habe jetzt hier noch ein Stück offen. Ist aber wirklich nicht mehr viel. Ist wirklich nicht mehr viel. Du hast ganz schön viel, aber ich habe auch nur Wollberge gesehen. Genau, man sagt auch nur noch Wollberge. Man könnte vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Also wird man nur ein dünneres Material haben, kommt man wirklich fast... Ja, aber man kann schlecht erklären mit diesen voluminösen Stoffen, weil es steckt die meiste im Paket. Also es ist schwierig zu zeigen. Ja, man kriegt gar nicht mehr so viel rein halt. Wir hoffen trotzdem, dass ihr es in der Theorie verstanden habt. Den Rest kann man dann wirklich einfach mit der Hand einmal schließen oder auch im Nahtschatten einmal durchschlippen. Kommt, schlupp mal rein, dann kann man das nochmal so schön zeigen. Auf das haben wir noch. Jetzt noch machen, so. Genau. Knüpfe kommen an die Seite. Und wir haben ein tolles... Warte mal, ich habe doch so ein Schemelchen. So ein Schemelchen. Oh, das ist super. Kommt auch nicht so oft vor. Ich halte mal hier oben. Dann kannst du die Taschen nochmal zeigen hier. Ja, ich muss mal gerade suchen, wo die andere Seitentasche ist. Wenn man es auch nicht ganz an hat hier. So. Genau. Gut. Also wir überlegen uns jetzt die Knöpfe, dann fällt es hier... Ne, das ist genau. Es fällt mich hier sehr schön dann runter. Ja, wunderschönes Teilchen. Bei schönem Wetter, kaltem Wetter, draußen, super. So, die Jacke Silvi ist das, ne? Genau. Dann sagen wir mal viel... Ich halte hier noch so... Ich halte hier noch so... Ich halte hier noch so... Aber wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachhören. Bis bald. Ciao. 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 Vielen Dank.